Hallo? Hallo! Wie viel verlangst du? 50. Okay, ich stecke. Joy ist ein besonders kraftvolles Drama, wirklich fulminant gespielt. Ein Blick in eine Welt, die mir und wahrscheinlich auch vielen anderen verschlossen ist ansonsten. Und ja, also wirklich ein besonders emotional mitreißender, toll gemachter Film. Ich habe dich von Afrika in diesem Ort gebracht, um ein gutes Leben zu haben. Sudabe Morte sei es für mich eine der überraschendsten immer wieder Regisseurinnen dieses Landes. Ich finde ihre Zugangsweise an Randbereiche der heimischen Gesellschaft und gleichzeitig die Art, wie sie sich diesen Randbereichen nähert, nämlich mit lose geschriebenen Skripts, mit sehr vielen Laiendarstellern, mit einer Drehweise, die immer wieder zwischen dem dokumentarischen und dem Vorantreiben von so etwas wie einem Drehbuch hin und her balanciert. Äußerst faszinierend und finde, dass Joy völlig zu Recht alle Preise und guten Kritiken erhalten hat, die es nur bekommen kann. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017